Die Wohnungslosigkeit in Deutschland nimmt immer schlimmere Formen an, die Obdachlosigkeit explodiert und die wirtschaftliche Lage verdüstert sich immer weiter. Das sind die Verhältnisse, die wir gerade in diesem Land erleben und Fabian Lehr kritisiert in seinem neuen Video vor allem das Problem der explodierenden Obdachlosigkeit in Deutschland. Das Video trägt den Titel Der Obdachlose. Werbefigur des Exportweltmeisters BRD. Und das ist ja tatsächlich so. Wir haben in Deutschland aktuell noch eine blühende Exportindustrie, die zwar gerade von der Ampel kaputt gemacht wird, zumindest die energieintensive Industrie, während die Armut in diesem Land explodiert ist in den letzten 20 Jahren. Und dazu passt natürlich auch die stark steigende Obdachlosigkeit anzusehen. Okay, der ist ein bisschen. Wenn er zu leise ist, dann sagt Bescheid oder wenn ich zu laut sein sollte. Die Menschen, die es aufgegeben haben, sich zu tarnen oder nicht mehr dazu in der Lage sind, werden mehr. 607.000 Menschen waren in Deutschland letztes Jahr mindestens zeitweise wohnungslos, so die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl Stuttgarts. Eine schockierende Zahl, die noch dazu stark im Steigen begriffen ist. Von 2021 auf 2022 ist sie um etwa 50% gestiegen. Rund 50.000 Betroffene leben ohne jede Art von Notunterkunft auf der Straße, Wind und Wetter ausgesetzt. Was tut die Bundesregierung dagegen? Offizielles Ziel ist es, pro Jahr 100.000 Sozialwohnungen zu bauen. Das wäre an sich schon völlig ungenügend, aber auch... Ihr habt es gehört, die Obdachlosigkeit ist letztes Jahr um 50% gestiegen. Dieses Ziel wird nicht einmal ansatzweise erreicht. Tatsächlich wurden in den letzten Jahren in Deutschland pro Jahr maximal etwa 25.000 neue Sozialwohnungen gebaut. Das ist zu wenig, um auch nur das weitere Absinken der Zahl der Sozialwohnungen aufzuhalten. Denn sozial gebunden sind diese Wohnungen nur für einen begrenzten Zeitraum, bevor sie zu horrenden Mieten auf den wahnsinnig aufgeheizten regulären Wohnungsmarkt geworfen werden können. 1990 gab es in Deutschland noch 2,8 Millionen Sozialwohnungen. 2006 waren es dann 2,1 Millionen. Heute gibt es nur noch eine Million. Also die Zahl der Sozialwohnungen ist von ungefähr 3 Millionen vor 30 Jahren auf und eine Million um zwei Drittel gesunken. Toll daran ist vor allem die Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit im Jahre 1990. Also damals gab es noch Steuervergünstigungen und andere Subventionen für gemeinnützig genutzten Wohnraum. Und das sind Vergünstigungen, die es in Deutschland schon seit über 100 Jahren gab. Und die wurden allerdings Opfer der schwarz-gelben Kürzungspolitik unter Helmut Kohl. Man wollte damals Geld sparen, um, ja, wofür eigentlich? Eigentlich um irgendwelche idiotischen Schuldengrenzen, die man sich schon damals gesetzt hatte und die auch damals schon keinen Sinn hatten einzuhalten. Beziehungsweise welchen Sinn das ökonomisch hatte. Ich meine, da gibt es ja durchaus das Immobilienkapital, das davon profitiert. Da wird Fabian Lehr auch noch gleich drauf eingehen. Das deutsche Absinken der Zahl der Sozialwohnungen in Verbindung mit der Explosion der Mietpreise erzwingt eine Explosion der Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen. Ein Zustand, der kontinuierlich immer schlimmer werden wird. Denn das deutsche System der zeitlich befristeten Sozialbindung von Sozialwohnungen garantiert bei den aktuell viel zu niedrigen Neubauraten, dass die Zahl der Sozialwohnungen jedes Jahr weiter schrumpfen muss. Diesem systemischen, vorprogrammierten Anstieg der Obdachlosigkeit begegnet man vor allem mit Repressionen polizeilicher Schikaner. Beispielhaft dafür steht in Berlin der Leitfadenobdachlosigkeit, den der damalige Neuköllner Sozialstaatrat Falko Lieke von im Frühjahr 2023 vorstellte. Darin wird die polizeiliche Vertreibung der Obdachlosen von Friedhöfen, Plätzen und Grünanlagen der Nähe von Schulen gefordert und Obdachlosigkeit zum Sicherheitsrisiko erklärt. Legitimiert wird dieser Law-and-Order-Ansatz damit, dass es sich schließlich um freiwillige Obdachlosigkeit handelt, wenn jemand im Freien schläft, obwohl er Hilfsangebote erhalten und diese abgelehnt habe. Bei diesen Hilfsangeboten freilich handelt es sich üblicherweise um die Unterbringung einer Notunterkunft. Notunterkünfte, in die man Haustiere nicht mitbringen darf, in die man meistens seine Partnerinnen nicht mitbringen darf. Notunterkünfte, die oft komplett überbelegt sind, keinerlei Privatsphäre und katastrophale Wohnbedingungen bieten, von schimmligen Wänden bis zu völlig verdreckten Sanitäranlagen. Notunterkünfte, die oft von Gewalt und Konflikten mit psychisch erkrankten Zimmergenossinnen geprägt sind. Notunterkünfte, in denen man meistens sowieso nur ein paar Stunden pro Nacht bleiben darf und am frühen Morgen völlig unausgeschlafen wieder hinausgeworfen wird. Wer sich nicht zutraut, diese Zustände psychisch aushalten zu können und deshalb immer noch lieber im Schlafsack im Freien übernachtet, ist für Liege und unzählige geistesverwandte Kommunalpolitikerin also freiwillig obdachlos. Das scheinbar Verrückte an der Bereitwilligkeit, mit der der deutsche Staat der sich ständig ausweitenden humanitären Katastrophe der explodierenden Obdachlosigkeit zuschaut, ist die Tatsache, dass die Aufrechterhaltung dieser Obdachlosigkeit ihnen sogar sehr viel Geld kostet. Erstens, weil Notunterkünfte und ihr Personal tatsächlich teurer sind, als den Menschen eine eigene kleine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Zweitens, weil die entsetzlichen Lebensbedingungen auf der Straße dafür sorgen, dass Obdachlose ständig in Krankenhäusern und Psychiatrien landen oder in die Kriminalität rutschen und ins Gefängnis kommen, was alles mit extrem hohen Kosten verbunden ist. Und drittens, weil Obdachlosigkeit nahezu ausschließt, dass die Betroffenen wieder erwerbstätig werden können. Ohne einen festen Wohnsitz gibt es nicht nur kaum einen Job, Obdachlosigkeit macht doch Behandlung psychischer Erkrankungen oder einen erfolgreichen Drogenentzug praktisch unmöglich. Alle Studien zum Thema zeigen eindeutig, dass die Verwaltung von Obdachlosigkeit nicht nur unmenschlich ist, sondern auch weitaus höhere Kosten verursacht als die Beendigung von Obdachlosigkeit durch einen konsequenten Housing-First-Ansatz, der jedem Obdachlosen zuerst einmal bedingungslos eine eigene Wohnung zur Verfügung stellt, bevor seine sonstigen Probleme angegangen werden. Zweifellos werden diese Studien von der kommunalen bis zur Bundesebene allen verantwortlichen politischen Entscheidungsträgerinnen bekannt sein. Und da kommen wir gleich zu den Ursachen, warum Deutschland nichts gegen die Obdachlosigkeit tut. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt fasse ich nur mal kurz das zusammen, was Tobias, jetzt bin ich schon ein bisschen durcheinander, was Fabian Lehr hier gesagt hat. Die Obdachlosigkeit ist explodiert. Es gäbe relativ einfach die Möglichkeit, das durch den Bau von günstigen Sozialwohnungen und der Zuweisung von Sozialwohnungen an Obdachlose deutlich zu reduzieren. Und das würde uns sogar noch günstiger kommen, als das aktuelle System mit den Obdachlosenunterkünften. Also es wäre günstiger. Man könnte die Obdachlosen wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Man hätte dieses Elend auf unseren Straßen nicht. Warum tut der deutsche Staat da jetzt nichts gegen? Dass die Aufrechterhaltung der Obdachlosigkeit ihnen sehr viel Geld kostet. Und es war ja auch schon mal sehr viel besser. Also die Obdachlosenzahlen, Fabian Lehr hatte die Zahlen genannt, die sind extrem explodiert. Das liegt nicht daran, dass die Menschen plötzlich ein Bedürfnis verspürt haben, obdachlos zu sein, wie das manche Lerale argumentieren. Ich meine, das behaupten ja wirklich einige FDPler. Die Leute, die sind ja freiwillig obdachlos. Ja, wieso sind denn jetzt 50% mehr Leute obdachlos als ein Jahr vorher? Weil die Leute plötzlich so einen Wunsch verspürt haben, unbedingt obdachlos sein zu wollen? Nein, natürlich nicht. Es liegt an den sich verschlechternden ökonomischen Bedingungen. Es liegt an der grassierenden Wohnungsnot. Es liegt an dem Einbruch der Realeinkommen. Es liegt an der mittlerweile steigenden Arbeitslosigkeit. Es gibt so viele Ursachen. Ja. Und diese Wohnungsnot, die ist eben politisch gefördert. Wie gesagt, die Zahl der Sozialwohnungen ist um zwei Dritte gesunken in den letzten drei Jahrzehnten. In Deutschland, abgesehen von Modellprojekten für wenige Dutzend Personen, trotzdem keine Housing-First-Politik. Warum lässt der Staat Zehntausende bis Hunderttausende Menschen langsam auf der Straße und Notunterkünften verkommen und zugrunde gehen, statt ihnen für weitaus weniger Geld einfach neue Sozialwohnungen zu bauen? Schlicht der reaktionäre, menschenfeindliche Leistungsideologie wird sicher eine Rolle spielen. Wer sich nicht aus eigener Kraft bemühe, an ein ausreichendes Einkommen für eine reguläre Wohnung zu gelangen, der habe es nicht anders verdient. Und es wäre ungerecht, wenn die Gesellschaft ihm eine Wohnung zur Verfügung stellen müsse. Aber es mag bis zu einem gewissen Grad nicht einfach menschenfeindliches Ressortiment, sondern auch rationales Kalkül hinter der Entscheidung stehen, durch die faktische Abschaffung des sozialen Wohnbaus die Aufrechterhaltung der Obdachlosigkeit zu erzwingen. Wenn der Staat zur Lösung der Wohnungskrise unkompliziert Millionen öffentliche Sozialwohnungen für alle Bedürftigen zur Verfügung stellen würde, was ein Staat, der gerade 100 Milliarden zusätzliche Euro für das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Dritten Reich beschlossen hat, ohne Zweifel finanziell könnte, dann wäre das eine Kriegserklärung an das Immobilienkapital. Wer würde an einem privaten Immobilienkonzern noch die in deutschen Großstädten aufgerufenen Mondpreise für Mini-Wohnungen bezahlen, wenn er für einen Bruchteil davon auch eine mindestens genauso große und genauso gut ausgestattete staatliche Wohnung haben kann? Ein staatliches Wohnbauprogramm, in dem Ausmaß, das zur Lösung der Wohnungskrise notwendig wäre, würde zwangsläufig zu einem deutlichen Absinken der Mieten auf dem freien Markt führen. Und das kann kaum im Interesse einer Regierung liegen, in der mit der FDP die fanatischste Lobbypartei des Immobilienkapitals überhaupt sitzt. Ein anderer Aspekt kommt aber dazu. Wenn jeder jederzeit unkomplizierten, bedingungslosen Anspruch auf eine Wohnung und eine Grundversorgung hat, wenn also das Absinken in existenzbedrohendes Elend kategorisch unmöglich ist, dann verbessert sich die Verhandlungsposition von Erwerbslosen. Wer nicht mehr davon bedroht ist, durch Leistungskürzungen oder gar eine Leistungsstreichung seine Wohnung zu verlieren und ins nackte Elend zu stürzen, der kann vom Jobcenter schwer dazu genötigt werden, völlig unterbezahlte Jobs mit kaum zumutbaren Arbeitsbedingungen anzunehmen. Um Erwerbslose, die dank gesicherter Existenzgrundlagen selbstbewusster auftreten können, zur Annahme ihrer undankbarsten Jobs zu bewegen, müssten Kapitalistinnen höhere Löhne zahlen und bessere Arbeitsbedingungen bieten. Das würde also höhere Lohn kosten und damit potenziell... Ja, also der erste Profiteur der Wohnungsnot und damit indirekt auch der steigenden Obdachlosigkeit ist das Immobilienkapital. Also vor allem Konzerne wie Vonovia. ... niedrigere Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland bedeuten. Wäre also schlecht für das deutsche Kapital. Ein Absenken der Lohnkosten, um dadurch die Produktion in Deutschland billiger und Exporte somit wettbewerbsfähiger zu machen, war aber gerade das Ziel der Agenda 2010 von Schröder, die von allen Nachfolgeregierungen in ihren Kernzügen beibehalten wurde. An den Grundlinien dieses Sozialkahlschlagsprogramm hat jede Bundesregierung seit Ende der 90er-Jahre festgehalten. Exakt. Die Exportindustrie wurde in den letzten 25 Jahren durch Lohndumping extrem gepampert und nimmt nun einen viel größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung ein als in den meisten anderen Industrieländern. Das heißt, wir haben zwei Profiteure, die Exportindustrie und das Immobilienkapital. Seit es unter einer rot-rot-grünen Regierung durchgesetzt wurde. Ob mit oder ohne Umbenennung von Hartz IV in Bürgergeld. Arbeitslosigkeit sollte so schrecklich, so abschreckend werden, dass die Menschen eher bereit sind, jeden noch so miesen Job anzunehmen, um nur nicht in die Hände des Jobcenters zu geraten. Dadurch wurde Deutschland in ein Niedriglohnland umgebaut, dessen Bevölkerung zwar zunehmend verarmt, dessen Kapitalisten aber trotzdem beziehungsweise gerade deswegen Rekordprofite machen, weil sie dank niedriger Lohnkosten günstig exportieren können. Das Erfolgsmodell des Exportweltmeisters Deutschland beruht darauf, die eigene Bevölkerung durch Drohung mit Entzug aller Existenzgrundlagen zur Annahme mieser, niedrig bezahlter Jobs gefügig zu machen. Ein gewisses Maß von Obdachlosigkeit erfüllt, ob nun geplant oder nicht, dabei eine unterstützende, volkserzieherische Funktion. Der frierende Obdachlose unter der Brücke erinnert den Arbeitslosen, dem das Job sein darf, die Pelle rückt daran, dass es, wenn er sich querstellen sollte, auch noch schlimmer kommen könnte. Daran, dass auch er nicht davor geschützt ist, alle Existenzgrundlagen zu verlieren, wenn er sich hartnäckig weigert, sich in einem Knochenjob für Mindestlohn ausbeuten zu lassen. Der Obdachlose, Werbefigur für das Deutschland der Agenda 2010. Vielleicht steht die Obdachlosigkeit in diesem Staat auch darum unter Schutz und sei ihre Aufrechterhaltung auch mit hohen Kosten verbunden. Wie gesagt, wir haben zwei Profiteure, das Immobilienkapital und die Exportindustrie. Also von der deutschen Bevölkerung, um das mal ins Verhältnis zu setzen, da haben wir 99 Prozent, die vor allem von Transfer- oder Lohneinkommen leben und 1 Prozent, die von Kapitalerträgen oder Mythen leben. Also 1 Prozent Rentiers, 99 Prozent Arbeiter, Rentner, Arbeitslose. Was sind die Verhältnisse, die wir haben? 1 Prozent der Bevölkerung profitiert, 99 Prozent dürfen das bezahlen und ja, fast 1 Prozent der Bevölkerung hat das Ganze sogar in die Obdachlosigkeit getrieben. Also es ist das Reichtum dieses 1 Prozents, es ist eine Politik, die für dieses 1 Prozent gemacht wird, die uns immer weiter in den Abgrund führt. Soviel von Fabian Lehr, ist ein kleiner kommunistischer Blogger, den ich immer wieder, also immer wieder, den hatte ich einmal auf meinem Kanal zu Gast. Schaut bei ihm auf dem Kanal gerne mal vorbei. Gutes Video, hat die Probleme mit der steigenden Obdachlosigkeit hier gut aufgezeigt. Wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei.